Na, welche junge Dame zeigt sich hier so verführerisch vor der Kamera? Royal-Fans wissen es mit hoher Wahrscheinlichkeit. Bei der attraktiven Lady handelt es sich um Camille Gottlieb. Und nein, die 23-Jährige macht hier keine Werbung für ein Beauty-Produkt. Sie sonnt sich lediglich bei einem Ausflug in den Bergen. Zusammen mit Schwägerin Marie de Croix und Bruder Louis macht die jüngste Tochter von Prinzessin Stephanie beim Skifahren die Gipfel Nitzers unsicher. Das Skigebiet liegt gerade einmal anderthalb Autostunden von der französischen Riviera entfernt. Ein echtes Privileg des Alp-Marie-Teams. Neben über 400 Pistenkilometer genießt Camille die sonnenverwöhnte Berglandschaft, die ihr nebenbei einen traumhaften Tor zaubert. Einen verschönernden Instagram-Filter hat die hübsche 23-Jährige sowieso nicht nötig. Äußerst sinnlich die vollen Lippen und der dramatische Augenaufschlag in Szene gesetzt, posiert Camille wie ein Profi. Fürst Alberts Nichte weiß als eine der wohl aktivsten Adligen, wie sie ihre rund 86.000 Follower auf Trab hält. Die freuen sich schließlich über luxuriöse Einblicke in Camilles beeindruckenden Lifestyle. Wir aber auch.